Hi, ich bin Sao Mai und ich bin Influencerin auf TikTok und Instagram und mache nebenbei auch Social Media Beratung für Unternehmen. Once upon a time there was a young Vietnamese girl. She was living her life to the fullest, eating whatever she wanted and not giving a damn about body image. Until one day a friend of her family's told her that she's too fat. Das erste Video über meine Essstörung Journey ist viral gegangen und so hat eigentlich meine echte Social Media Journey dann angefangen. Über YouTube haben viele Leute mich dann auf Instagram gefolgt, weil es so ein sensitives Topic war und die waren wirklich unterstützend. Im Lockdown habe ich versucht TikToks auch zu machen, aber das war eher aus meiner Marketing dann Perspektive, weil ich neugierig war, wie sich das von den anderen Social Media Plattformen unterscheidet. And of course I'm starting my day today with a big ass Yoghurt bowl. Also Growth Hacking ist eher eine Marketing-Taktik für Startups, obwohl das rapide Wachstum des Unternehmens als Ziel ist. Bei der Personal Brand sollte man darauf achten, dass man diese eine richtige Message dann verfolgt in allen unterschiedlichen Kommunikationskanälen. Ich glaube, der erste wichtigste Tipp ist, um zu schauen, welche Message und welche Values du kommunizieren willst. Also was ist eigentlich der Wert, den du der Welt geben möchtest? Inspirierst du sie? Unterhaltst du sie? Bringst du sie zum Lachen? Was machst du eigentlich? Mein zweiter Tipp ist, schau mal, welchen Content-Format du machen willst. Du sollst am Anfang ein bisschen experimentieren, um zu schauen, was eigentlich gut performt oder was nicht gut performt. Du musst immer noch bedenken, dass du dich happy machen möchtest, aber dass auf der anderen Seite auch deine Zuschauer und deine Community da steht. Wenn die Leute zurück auf dein Profil gehen, genau wissen, was die da finden werden. Mein dritter Tipp ist, bleib konsistent und versuch jeden Tag irgendwas zu posten. Du wirst kein Account bilden, wenn du zum Beispiel ein Video im Monat veröffentlichst, weil du einfach nicht genug Catch-Points der Audience gegeben hast, dass sie dich finden. Und ich beginne mein neues Jahr mit Left-Overs aus dem letzten Jahr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Social Media manchmal nicht so gut für deine Mental-Health sein kann. Also für mich war das größte Problem jetzt, dass ich so ein Pressure gefühlt habe, dass ich jeden Tag mein Leben, ein persönliches Leben stellen muss, aber das musst du nicht machen. Wenn du schaffst, eine wirklich enge Beziehung mit deiner Audience zu bilden, werden die dich verstehen, wenn du einen Break oder sowas brauchst. Es wird definitiv so kommen, dass du auch hateful Comments oder negative Kommentare oder Nachrichten bekommst. Aber du musst immer im Kopf haben, dass du nicht jeden happy machen wirst. Am wichtigsten ist, dass du dich happy machst und die Leute, die dich in deinen Ups und auch deinen Downs unterstützen, weil das wirklich die echten Supporters sind.